Grüß Gott! Grüß Gott! Sie sprechen Deutsch? Natürlich. Ich habe in Österreich gearbeitet. Das ist sehr schön. Ich brauche manchmal ein Satgen zu putzen, aber ich kann es auch zahlen. Zahlen, sehr gut. Ich bin's Ewald Mutti. Und wie ich sehe, mein Sohn ist noch nicht hier. Nein, ja. Also weißt du, ich hatte solche Angst, was wählen würde. Aber wie ich sehe, ja. Ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Kein Angst, nein. Kein Angst. Mutti! Junge! Ja komm, hier. Ach so. Warte, warte, warte. Ja gerne. Lucia! Mutti prišla! Přinämala prisaš zajtra? Aber to Mutti nigdy nevieš. A nemusíš šepchat, ona ti absolutnie nerozumie. Willkommen Mutti! Wie war dein Flug? Danke Junge, ach Frage lieber nicht. Ich bin Lucia. Und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Naja, ich weiss. Also das ist Lucia. Das ist Lucia. Ich freue mich, Sie sind großmutter unseres Baby zu sein. Unseres Baby zu sein. Genau. Okay. Und wer ist diese necher Dame? Ona se pünta, kdo sie, das ist Wanda Mutti, sie arbeitet hier. Ach so? Das ich aber gut verstehe. Und du? Das Baby mit diesen. Nový život. Už dnes o 20.35 na Jojke.